Musik Herzlich Willkommen vom Mainzer Oktoberfest, schön, dass Sie bei uns sind und ich habe auch hohe Gäste heute bei mir, den IHK-Hauptgeschäftsführer, den Herrn Fatzke, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Und der Mann, der dafür sorgt, dass wir ein tolles Bier heute trinken, der Pär Appelhäuser von Radeberger. Jawohl, ganz genau richtig, wir haben ein ganz leckeres MAB-Festbier heute. Und mal ganz ehrlich, wie viel Bier hast du schon getrunken heute? Oh, heute, ich kann es schon kaum erzählen, nach dem Anstich, ich glaube, es waren bestimmt schon drei MAB-Festbier. Drei MAB-Festbier hat Ihr Kollege schon getrunken, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Es ist etwa die gleiche Menge. Okay, also das heißt, trinkfest sind Sie beide? Absolut. Jeder von Ihnen bekommt zwei MAB-Festbier und das müssen Sie natürlich mit ausgestreckter Hand halten. Und ich bin gespannt, wer von Ihnen beiden mehr Kraft hat. Wollen wir es probieren? Wollen wir es gerne probieren, ich bin mir sehr sicher, dass ich gewinnen werde. Okay, Herr Faust, Sie sind bereit? Wunderbar, dann sind wir mal gespannt. Auf die Wette, auf die Plätze, fertig, los! Jawohl, krass, es ist gut schmecken. Der trinkt es mit der Zeit aus. Dann katholiere ich Ihnen zum Gewinner. Komm, wenn ihr mal langsam mal trinken, besser so. Ihr habt beide gewonnen, habt ihr so toll gemacht. Vielen Dank. Da ich ja jetzt von jedem von euch ein Bier versprochen bekommen habe, habe ich zwei und ihr jeweils nur einen. Blöd, ne? Ja, aber da ist es unentschieden. Da wäre es unentschieden, jawohl. Also, ich würde sagen, auf euer Wohl, habt ihr toll gemacht. Und wir melden uns morgen wieder zum Aufklärung. Jawohl, jawohl. Jawohl, 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 jawohl.